Willkommen zur großen Urlaubsspezial-Hall oder nach dem Urlaub-Hall, wie auch immer. Wir waren bei? Aldi, Erika und Rossmann und Obi. Bis gleich! Hallo ihr Lieben, der Urlaub ist vorbei und der Kühlschrank ist sehr mager gefüllt und deswegen mussten wir wieder einkaufen gehen. Genau, Ofen-Käse-Mädchen ist auch dabei. Das Ofen-Käse-Mädchen ist mit dabei. Obwohl, so viel Ofen-Käse hat die gar nicht gegessen. Wir haben extra 5 Ofen-Käse für den Urlaub geholt. Irgendwie hat das nicht gut geschmeckt. Zwei haben wir auch zu Hause gegessen. Da hast du wahrscheinlich schon zu viel von gegessen. Du hast wahrscheinlich überfressen eine Zeug. Jetzt isst du ja immer Spargel drin, so wie eine Glocke. Ja, genau. Ah ja, das hätten wir holen können. Wir sind nicht geheult. Jetzt können wir das wieder anhören. So, also wir fangen mal mit Aldi an. Und zwar haben wir geholt Eis. Das haben wir natürlich schon in Gefrierfach. Ist ja ein bisschen warm. Dann haben wir die hier. All die schönen Dinge. All die schönen Sachen. Dann nochmal Eis. Genau. Capri-Sonne. Meist Capri-Sonne? Ja, sag ich mal zu. Ach, die Capri-Sonne. Calipo-Eis. So, und? Spaghetti-Eis. Spaghetti-Eis. Küchenrolle. Genau, Küchenrolle. Oh! Ich darf nur schweißen. Und, äh, die sind offen. Vorsicht. Casio-Kerne. Casio-Kerne. Die haben wir nicht bei Aldi-Ohren. Doch, die haben wir von Aldi. Das haben wir nicht bei Aldi-Ohren. Das haben wir nicht bei Aldi-Ohren. Ja, ist ja gut. So. Leckeres Schweinehorn haben wir gekauft. Das war wieder das erste, was passiert ist, wo Nicole aus dem Laden rausgab. Es ist ein Schweinehorn. Die gab es in Holland nicht. Da hatte ich erstmal wieder Heißfunger auf diese Zeile. Boah. Du brauchst mich Heißfunger. Schokon-Keks. Ja, Schokon-Keks. Ja, Schokon-Keks. Genau. Die mag ich mehr als die da. Na, ist gut. Schnitzlauch. Schnitzlauch. Ja. Kannst du auch noch was sagen? Was ist das? Chorizo-Wurst. Wir machen nämlich heute Wraps. Und ich möchte meine gerne mit Chorizo-Arg. Für jeden. Chorizo-Wurst. Hundefutter, äh Katzenfutter. So bist du. Genau. Das kannst du auch am kleinen Prep drauf machen. Ja, genau. Haselnusspralinen? Bäh. Die sind lecker. Komm, warte mal ab, wenn ich die aufgemacht habe. Wer ist denn auf deine Handbuch? Bei der Pralinen am Zeitungsstand haben wir auch immer so kugelchen. Ja. Ich habe einen Pralinen am Zeitungsstand. Die Männer wissen, was ich meine. Ich habe einen komischen Geschmack. Hä? Vergiss es. Mach weiter. Was ist das denn? Nichts. Eine schöne Zeitschrift. Oder gibt es die überhaupt noch? Ich weiß nicht, die gab es, wo ich klein war. Ja, super. Ich kenne das nicht. Hähnchen im Russ. Hähnchen im Russ. Hähnchen im Russ. So wie die Goll. Joghurt mit der Ecke. Joghurt mit der Ecke. Joghurt mit der Ecke. Und noch ein paar Katzenfutter. Das geht heute auf dein Essen. So, weiter geht's. Weitere noch? Weitere noch? Ah, noch mehr cool Sachen. Und? Der Schremmelachs. Oh lecker. Joghurt mit der Ecke. Joghurt mit der Ecke. Robert, du darfst auch mal mitmachen. Ich darf auch mal mitmachen. So, dann haben wir hier wieder... Sahnelieberwurst. Ach, Sahnelieberwurst. Denn ein Gouda am Stück. Oh mein... Das ist wieder Feta für die Flaps. Weichkäse? Weil nicht Feta, sondern Hörtenkäse. Genau. Weichkäse. Weichkäse. Genau. Mittelaltenkäse für Robert. Mittelaltenkäse. Sahnepudding. Sahnepudding. Genau. Und die nachgemachte Form nach vorne hier von dem... Und die nachgemachte Form nach vorne... Pinats. Pinats. Ich sag jetzt einfach alles nach. Ist auch cool. Riechischer Joghurt. Eine ganze Bot. Weil wir essen nämlich zwei Tage hintereinander Fraps. Papa, du musst für mich eine... Ja, ich weiß, wir machen eine extra Soße. Weil du immer eine extra Wurst brauchst. Heute ist ja Montag. Und Amifa macht der Robert Paella für uns alle. Paella. Ist das nicht, dass wir in Spanien gegessen haben? Ja, wir essen Spanien mit dem Reis. Und Cola-Serof. Ja, du kannst ja wieder Nudeln mit Tomatensohle da oben essen. Wir haben ja so einen Zwischendurch oder so einen Sahne-Pudding. Den hat Lisa einfach zur Seite gestellt. Und Schoko-Sahne. Da. Schoko-Sahne. Da. Kette ja, ne? Strudel. Schoko-Sahne. Strudel. Ja. Und hier gute Butter. Die gute Butter. Habt ihr auch Vanillezucker geholt? Ja, hab ich auch. Okay, gut. Irgendwo drin. Ja, echt? Habt ihr schon gesehen. Ohhhh. Noch mehr Aldi Bauer. Noch mehr Aldi. Tomate. Auch für die Grabs. Tomate. Okay, wo macht ihr noch das? Arribu. Nimm zwei. Mach die andere mehr. Und hier. Schraps. Ganz hier. Einmal Vollkorn. Einmal Weizen. Ja, ja, ja. Guck mal. Guck mal Lisa, wir haben uns hier die lecken. Lecker. Und die Brötchen. Die Brötchen sind echt zu empfehlen. Die sind super lecker. Schon lange drin lassen. So 15 Minuten. Ja, für den Winter. Sommergraf. Sehr lecker. Sehr lecker. Sehr lecker. Ach so. Sehr schön. Hier, Bananen. Ja, Bananen. Wie muss ich denn in die Albrechtung? Hier. Du kannst wieder Waffeln machen. Ja, sehr viele Waffeln. Hier, eine Handgranate. Das ist meins. Evocado. Evocado. Der esse ich auch gerne so. Avocado. Liebt der Lisa auch. Evocado. Ich glaube, es wird Kopier. Ja. Die Webe-Reparaturklebe waren. Knobloch. Ja genau, das ist hier oben. Wo braucht man das? Wenn die Kinder uns noch um Keks gehen, kriegen die den Mund zu entlegen. Oder wenn die Alte war nicht gehört. Ja, grüner Tee für Mama. Genau, grüner Tee für Mama. Damit ich hier auch einen Ausfall überlebt will. Müllbeutel für Popier. Da kann doch noch ein Reich. Du kannst gleich auch mal einen Müllbeutel im Kopf kriegen. Ich brauche einen neuen Youtube-Kopf. Weil das ist ja nicht immer Nikis Family. Das ist der falsche Name. Niki und Roberta ist das jetzt? Ja, alles kaputt. Niki und Robert. Komm, geht aber weg hier. Jetzt kommt der nächste Korb. Ja. Ja. Dann habe ich nicht schlafen. Salatkopf für die Bratz. Einmal Essig. Essigreiniger. Er muss aber in die Kamera rein. Einmal Essigreiniger. Genau. Hier auch. Wie hast du geholt? Ja, wo brauch ich. So. Dann haben wir hier Olivenöl wieder geholt. Ich wusste nicht, wir haben viel zu viel Olivenöl. Egal, ich wusste nicht, wie viel wir haben. Wir haben wieder viel zu viel. Zu viel kann man nachschauen. Zu viel kann man nachschauen. Handgeschirrspüler. Wir haben Handgeschirrspüler. Lecker. Back, lecker. Backpapier, Schnitte. Backpapier, Schnitte. Backpapier, Schnitte. So eine Schnitte. Geschirrreiniger. All in one. Plattförsische. Die sind ekelhaft. Die sind voll lecker. Die kaufen wir nicht. Mülltüten. Mülltüte. Für den Knubel da. Shampoo. Ist das dein? Das ist für Kevin. Ach so. Hier ist nochmal so eins. Shower Shampoo. Können der Kevin nehmen. Dann braucht der kein Dusch geben. Duschzeug. Schon wieder roten Brötchen. Dann haben wir noch die Brötchen. Das haben die aber noch nicht so lange. Klassik von Cure Antischuppen Shampoo. Für meine Haare. Genau. Solettenpapier. Cocktel. Cocktel. Cocktelsoße. Haben die Solettenpapier, Papa? Ja. Solettenpapier, genau. Solettenpapier, genau. Grüner Tee. Shinsay-Mischung. Shinsay-Mischung. Joghurt mit Ecke. Was? Joghurt und Ecke. Mit Ecke. Joghurt und Ecke. Joghurt und Ecke, Junge. Hier, Lisa. Mais. Oh, Marie ist lecker. Nein, 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 nein. Schnupf, Tabak, Pfeffer. Hast du schon mal eine Nase gekriegt? Das ist ja mal eine Challenge, oder? Ja, ist klar. Bei 1000 Abonnenten eine Line Schnupf. Ja, das kannst du ja machen. Du kannst das ja machen. Ich mache das. Ich habe jemanden, mein Kurs, das schnieft alles. Der hat sogar schon mal einen Tisch geschnieft. Echt? Echt? Ein Tisch wäre geschnieft. Feise Quark. Machen wir mal weiter, ja. Backpulver auch wieder für die Olle hier. Für ihre Waffel. Die hat ja einen an der Waffel. Ey, stimmt nicht. Du hast an der Waffel. Hier. Noch mehr Katzenfutter. Eierlein. Eierlein. Ja, auch für Waffeln. Und noch mal Eierlein. Für Früchte zum Beispiel. Genau, die kleine Wasserflaschen. Die trinkt immer die Jasmin. Und kleine Colaflaschen. Und dann haben wir noch große Colaflaschen. Auch die von Aldi. Die Limo. Und stilles Wasser. Genau. Stilles Wasser. Stilles Wasser. Genau. Und dann haben wir eine Ultraschallgerät gekauft. Ist das nicht für die Brille? Genau. Damit kann man Brillen sauber machen. Will ich ausprobieren? Da können wir euch ja mal drüber berichten. Ja, eben. Machen wir gleich. Berichten wir mal, ob das Ding was taugt oder nicht. Für 20 Euro war das. Oder ob es nichts gebracht hat. Aber als Test nehmen wir deine Brille. Am besten nehmen wir eine alte Brille, die wir noch haben. Ja, genau. Die hat es dann aufgelöst. Bevor das irgendwie eine beschlagene Scheibe dann ab ist. So, weiter gehts mit Rossmann. Schwarz Kopf. Das ist für dich, ne? Für den schwarzen Kopf. Fürs Pferden. Damit ich mal wieder ein bisschen Polterkraut aus dem Bad rauskomme. Habt ihr für mich auch mal wieder geholt? Wo hast du noch? Wenn das mehr ist, kaufe ich das neu. Okay. Cookie Dent. Cookie Dent. Da guckst du. Genau. Ich nehm immer das. Ich find das total gut. Ich brauch nicht das teure. Das ist ja nicht Cookie Dent. Ich mag das mit dem Kopfzeitsfinger. Der ist schön sauber davon. Wenn ich das in meinem Hochdruckreiniger rein tue. Hier ein Reistofffilfil. Das finde ich, ne? Ja, genau. Dann hatte ich immer so Müsli-Riegel. Das war ich... Ich zieh auch gerne. So, dann habe ich hier gerne diesen Waschschaum. Den finde ich total gut. Weil die Hände riechen immer schöner nach. Ich liebe den Duft total. Und die Jasmin auch. Ich hole aber immer den Nachfüllpack. Die Ente habe ich da drauf. Hier. Ends gut. Alles gut. Ja, genau. Für mich hier Deodorant von Bruni. Bruni Banani. 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 Banani? Was ist denn das für die Namen? Was ist denn das für die Namen? Hier. Singron sprechen. Ja, genau. Hier. Pflaster. Für Kinder. Ja, für Jasmin. Ja, genau. Jasmin braucht ihr immer. Ich krieg dir den ganzen Körper immer voll. Ich wollte auch gerade sagen Pflaster. Hier. WC Reiniger. WC. Das ist voll toll. Das hat Jasmin sich von ihrem Geburtstagsgeld geholt. Genau. Eine Badewanne. Ist jetzt meins. Nein. Das hat ihr von selber gekauft. Ist mir egal. So, ich habe mir einmal das hier geholt. Feuchtigkeitsshampoo. Das kannst du auch mal benutzen. Davon habe ich nämlich noch die Haarmaske. Lisa, du hast ja auch lange Haare. Kannst du auch mal deine Haarekollektische Haare brauchen. Ich habe meine Haare als du gepflegte Haare als du. Meine Haare sind auch super gepflegt. Ich bin nur noch... Das ist meins, oder? Das ist für die Spitzen. Und das ist für mein ganzes... Beides genau dasselbe. Das ist einmal das Shampoo. Nein. Und einmal für braunes Haar. Also ist das für braunes Haar. Beides. Shampoo und Sprügel. Ich kann mal was anderes machen. Ich kenn mich damit nicht heraus. Ist langweilig. Wie ist das denn schon wieder? Biotin 1000 Kiesel. Das ist wieder für Nicole irgendwie. Wofür ist das? Damit das schön wächst. Damit der Kopf nicht auseinander fällt. Und genau so lang werden die Haare wie von Lisa. Ja. 7000 Jahre. Nee, das geht schon schnell. 500 Jahre. Eine Rubbelnbürste, ne? Zum Rubbeln? Na tut aber weh, aber. Ja, ich rubbel deine Futter mit weg. Das ist für die Fersen. Ja. Und hier. Und hier. Nochmal so ein bisschen. Hier. Und das Schaumbab-Mix. Ja, das hat ja das Minis von dem Geburtstagsgeld gekauft. Und noch was. Aber das ist so Handseife zum Nachfüllen. So Seifenspinne haben wir von Sacrotan, da sparen wir immer das Zeug rein. Genau. Und Serum fürs Gesicht. Besser ich selbst. Wenn ich bloß faltenfrei bleibe. Bleibe von dir. Da haben wir. Brauchst du nicht, hab ich jetzt. Du brauchst du doch noch gar nicht, doch. Brauch alles. Nee. Fahnenbürsten. Ich nehm die blaue. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Jetzt guck ich jetzt mal an. Ja. Müslige. So. Und jetzt haben wir noch. Alles. Nein. Wir haben da noch. Genau. Da haben wir auch noch was. Das ist von Edeka, ne? Jetzt kommt Edeka. Genau. Hier ist auch noch was von draus machen. Alter. Droll. Genau. Ich hab das mal geholt. Mal wieder. Ja, wir haben. Was ist das denn? Hygienisch. 9,9 Prozent. Wir haben Wackelpudding. Ja, haben wir hier auch. Wackelpudding. Ja, haben wir hier auch. So ist Wackelpudding. Wackelpudding. Und Bifi. Bye Bye. Oh, ich liebe Bifi. Wir haben mal Milch geholt. Bei Edeka. Gut und günstig. Oh, lecker Salami. Genau. Salami. Esse ich auch immer gerne so. Ja, genau. Ich muss auch zeigen. Ich schenke die Wurst. Du bist auch eine gute YouTuberin. Ja, wenn du einfach hier. Einfach die Sache weglegst. Ja, ja. Und dadurch, dass das Kind so nett ist und meine Haare werden nicht gepflegt, kaufen wir das Kind eine Hitschla. Ja. Hitschla. Guck mal. Werden doch noch eine. Ja, saure. Die habe ich schon aufgesucht. Sauere Drachenzungen. Habe ich meine Haare mit eingelegt. Und hier ist eine Bucke. Auf wieder für die Rapps. Ja. Hier sind die nächste. Mal siehst du. Ich krieg die aber nicht dafür nicht meins. Kein meins. Ne, du bist frech gewesen. Ja, aber mach mal so ein Scheiß. Ich meine, du hast ja recht, aber das soll ja nicht sagen. Boah. Und Buchstaben. Für Buchstaben. Ja, genau. Buchstaben. Und Müll. Und das sind Zwiebeln. Nein, in Knoblauch. Das sind keine Zwiebeln. Ne, das sind Zwiebeln. Ah! So, und wieso waren wir jetzt bei Obi? Wir haben nur zwei Teile gekauft. Einfach zwei Winkel für unser Katzen-Ding da hinten. Das ist nämlich ein bisschen abgestürzt. Ja, genau. Die Uhr hat falsch gemacht. Nein, die Winkel waren einfach die Stabilen. Die halten jetzt 100 Kilo aus. Da kann sich sogar die Kombi der Fuß draufsetzen. Du kannst da auch draufsetzen. Ja, ich kann mich da auch draufsetzen. Da kann sich aber Papa nicht draufsetzen. Ne, da komme ich nicht hoch für. Das ist der Problem. So, und jetzt Feierabend. Was macht man denn? Ihr beiden Nervensägen. Also, das Video ist vorbei. Papas Haare müssen mal in eine HQ gelegt werden. Ja, stimmt. Die sind nicht mehr so schön. Jetzt mal eine Halenruhe. Auch so die jucken die wie Sau. Ich bin froh, wenn das Video vorbei ist. So, alles klar. So, dann bis zum nächsten Mal. Lass gerne ein Like da. Abonnieren nicht vergessen. Kommentieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Mit der Mikro-Motora-Ushitzung. Und jetzt eine Beefie. Oh, Entschuldigung. Ich nehme mir jetzt hier Wackelpulling. Okay, wir lassen das alles so liegen. Lass doch einfach so liegen, ich ess jetzt. Ich geh jetzt im Bett, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.